Hallo, mein Name ist Sascha Winninger. Ich bin Geschäftsführer der Schmidt-Gruppe. Wir unterstützen in diesem Jahr die ebenso großartige wie wichtige Arbeit der Radio 7 Drachenkinder. Die Zukunft liegt in den Händen der Kinder und die Zukunft der Kinder liegt in unseren Händen. Natürlich legen auch hier unseren Fokus in den Nachwuchs unserer Unternehmen. Hier eine kleine Botschaft und ein Teil unserer Ausbildung. Ich bin Diana, ich bin 21 Jahre alt. Ich mache die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Und ja, kann ich nur empfehlen, es macht Spaß, es ist abwechslungsreich. Man ist draußen im Lager, man ist im Büro, am PC. Die Kollegen sind alle lieb und ja, ich bin schön hier zu sein und dass die Schmidt-Gruppe auch wieder dabei sind. Hallo, mein Name ist Valeriy, ich bin Ausbilder der Berufskraftfahrer und freue mich dieses Jahr wieder bei dem 24 Weihnachtskunde bei Weißenloh. Ich bin Jonas, ich bin 18 Jahre alt. Ich mache Ausbildung zum Berufskraftfahrer und mir gefällt die Ausbildung wirklich sehr gut. Ich bin der Berger Gaugel, bin 30 Jahre im Betrieb, bin zuständig für den Fuhrpark und auch ich freue mich, dass die Firma Schmidt wieder dieses Jahr das Weihnachtswunder mit unterstützt. Ich bin der Lukas Schmidt, ich bin Auszubilder als Berufskraftfahrer im zweiten Lehrjahr und freue mich bei den 24 Weihnachtswundern dabei zu sein. Ich wünsche euch frohe Weihnachten!